So, jetzt mal Tacheles. Was braucht es eigentlich, um erfolgreich ein Unternehmen aufzubauen? Ja genau, da waren jetzt schon ein paar gute Ideen von dir dabei. Und hinzu kommen neben deinen persönlichen Voraussetzungen, dem entsprechenden Markt, dem nötigen rechtlichen Umfeld, dem Businessplan, der Finanzierung, den Förderungen und den Amtswegen auch noch folgende Punkte. Ein wirtschaftsfreundlicher Standort, aktuelle und wichtige Informationen zu absehbaren Änderungen und Gesetzesentwürfen, unabhängige Servicestellen, laufende Weiterbildungsangebote, weltweites und lokales Netzwerk, aktuelles Branchenwissen, wichtige Kennzahlen und das alles täglich verfügbar, live und vor Ort oder zumindest online abrufbar. Tja, und um genau das kümmern sich die Wirtschaftskammern. Täglich. Von der Standortpolitik bis zur Informationsaufbereitung. Und ganz wichtig noch, das alles mit einem offenen Ohr und einem freundlichen Lächeln. Fehlt dir etwas in der Aufzählung oder hast du eine konkrete Frage? Schreib uns oder ruf uns an. Die Wirtschaftskammern sind immer für dich da. Frage, Antwort fertig. Gründerservice der Wirtschaftskammern Österreichs.